Tag 5, ich bin in Kirkby on Lane oder so und fahre weiter nach Wittby. Gestern nicht viel gelaufen, kaum Fotos, bin größere Strecke gefahren. Vom Fahren her geht es jetzt inzwischen eigentlich sehr gut, allerdings war es mega heiß, also es ging dann eben doch nicht, weil es eben so heiß war und die Klimaanlage in dem Auto fehlt. Naja, das ist meiner einer nicht mehr gewöhnt. Jetzt sind es noch laut Navi drei Stunden, dann bin ich eigentlich schon da und dort soll es ein Dracula-Schloss geben, wobei ich das nicht ganz schnall, in Dublin gibt es auch eins, also ein Schloss, wo das den Schriftsteller Bram Stoker inspiriert hat und außerdem gibt es aber auch noch Wahltouren. Mal sehen, wie es mir dort gefällt, vielleicht bleibe ich auch zwei Tage. Ich habe gesehen, da gibt es eine Farm, auf der man campen kann und ich werde die erstmal anfahren. Das klingt ein bisschen nach einem etwas anderen Campingplatz. Bin gespannt und ich mache mich gleich mal auf den Acker. Mittagspause. Bin gerade über die Hamba Bridge gefahren. Während dem Pfaden habe ich leider keine Aufnahmen machen können. Die ist recht beeindruckend, außer erinnert schon so ein bisschen an die Golden Gate, wobei ich die nie in echt gesehen habe, aber von der Bauweise her, ganz interessant, überspannt eine Bucht, also einen recht großen Teil. Das Meer sieht da sehr rötlich aus, keine Ahnung woran das liegt. Ja, die Kühlbox braucht ein bisschen viel Strom, aber immerhin ist es so, dass sie während der Fahrt problemlos betrieben werden kann und auch noch so, wenn es jetzt also während der Pause, das geht auch. Die hängt an der Zusatzbatterie. Es ist einfach so, dass sie die ganze Nacht nicht durchhält. Zumindest wenn ich zusammen da noch andere Sachen laden mit. Ja, jetzt gibt es erstmal was Feines. Ein bisschen was habe ich noch. Sieht aber schon sehr überschaubar aus. Immerhin, naja, das Wasser ist gut gekühlt, das ist angenehm, ja. Das ist wichtig, nicht immer so lauwarmes Wasser. Bis zum nächsten Mal. 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 Ausländer wohl vorstellt. Dementsprechend ist es auch ziemlich touristisch überlaufen. Allerdings hat es hier natürlich schon einige Dinge, die mir jetzt durchgefallen und mich doch etwas verweilen lassen, auch wenn ich sonst ja die Touristenorte meide. Jetzt muss ich mal noch den Wahlausschlugsdampfer finden und dann für morgen mal hoffentlich eine Tour buchen. Die Waldwurren finden nur im September statt. Sagt zumindest der eine. Ich werde jetzt noch ein bisschen googeln, ob ich da was anderes raus finde. Aber immerhin war ich jetzt mal 20 Minuten laufend in der Potsdam draußen. Ist eigentlich auch schon ganz schön. Der Preis war auch sehr roman mit 3 Pfund. Und ich werde jetzt mal noch schauen, ob ich da noch was finde zur Wahltour. Und ansonsten werde ich etwas außerhalb übernachten. Hier direkt im Ort gibt es keinen Campingplatz. Und auf dem Parkplatz will ich sicher nicht übernachten, aber ringsherum hat es einiges Schönes. Und ich glaube morgen so ein bisschen wandern, wenn das Wetter so ist, wäre gar keine schlechte Idee. Da oben auf den Bergen. Seht ihr es? So, ich bin immer noch in der Nähe von Whitby. Habe einen Campingplatz dort genommen. In Whitby selber gab es keinen. Der ist überfüllt. Und mache mich jetzt auf den Weg zur diesem alten Schloss, um vielleicht ein paar Dämmerungsaufnahmen zu machen. Ich glaube für Nachtaufnahmen bin ich zu faul. Ich bin einfach zu müde abends. Aber ja, es ist im Moment sehr dunstig. Aber am Horizont taucht die Sonne auf. Insofern könnte das noch was werden. Was leider nichts wird, ist eben die Wahltour. Weil die Wale, die sind nur im September zu sehen. Und da fahren die eben nicht raus. Das habe ich definitiv keinen anderen gefunden. Jetzt geht es halt so. Ja. Sind circa zwei Kilometer bis Whitby. Sollte gehen. So was würde mir eigentlich als Behausung vollkommen reichen. Allerdings stehen mir die viel zu dicht aufeinander. Also mit ein bisschen Land drumherum. Warum nicht? So, da ist es das Schloss, das den Bram Stoker anscheinend zu seiner Figur bzw. einer bestimmten Szene inspiriert hat. Das sieht jetzt auch noch recht gut aus hier mit der Sonne hinten dran. Also gerade um die Spiegelung da in dem Teich, das gefällt mir sehr gut. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen ein Stück vorlaufen. Aber ich glaube ich bleibe hier und warte mal bis die Sonne untergeht. Und werde mal verschiedene Fotos machen mit beiden Kameras. Also eigentlich mit Treiben im iPhone vielleicht auch noch ein paar. Und dann bin ich gespannt, was da rauskommt. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über Likes und Abos. Den ausführlichen Reisebericht findet ihr auf meiner Website www.lars-schlageter.com